Ich hatte vor zwei Tagen ein Interview und die Person, ganz am Anfang meinte sie, also Herr Neumeier, Sie müssen ja schon zugeben, dass Sie einen relativ seltsamen Beruf haben. Und das stimmt, da habe ich absolut nichts gegen zu sagen. Mein Beruf ist unbeschreiblich strange. Aber was ich meinte ist, ganz im Ernst, es gibt auch seltsamere Berufe als den. Und sie fragte, was? Und was mir zuerst eingefallen ist, sind Kritiker. Der Beruf des Kritikers ist einer der seltsamsten und meiner Meinung nach sinnlosesten Berufe aller Zeiten. Und damit meine ich jetzt nicht Kritiker, die in meiner Show sitzen und das bewerten, was ich sage. Was vor allem daran liegt, dass keine Kritiker in meiner Show sitzen. Niemand von denen interessiert sich dafür. Niemand, keine Zeitung schickt so jemanden. Zeitung, meistens schicken mit Kreiszeitungen ab und zu mal so einen Praktikanten, der mich dann fragen darf, oh, wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Ideen? Was ist denn der Unterschied zwischen Stand-up und Paul-Betit-Slam? Das ist okay, ich mache das gerne. Ich genieße das auch. Was ich meine, sind so Leute, die ich in der Zeitung lese oder im Radio höre oder so. Es gibt Kritiker für jede Kunstrichtung. Musik, Tanz. Ich habe letztens einen Tanzkritiker mir angehört. Oper, Theater, Film, Bücher. Es ist alles. Und das ist ein so strangeer Beruf. Die Leute sitzen da und kriegen einen Anruf und jemand meint, geh mal da hin und sag mal, was das ist. Und dann gehen die da hin und dann kommen die zurück und dann schreiben die, also ich fand es langweilig. Und das ist ja okay. Das kannst du ja langweilig finden, klar. Das Problem ist, dass das furchtbar ist für den Künstler. Weil auf dich, wenn du meinst, darauf hören Hunderte, teilweise Tausende Leute. Das heißt, für den Typen, der Kunst macht, egal was er macht, geht es nicht mehr darum, dass es gut ist, sondern es geht in dem Moment darum, dass du das gut findest. Weil das bedeutet, oh, vielleicht kommen mehr, vielleicht auch weniger in Zukunft. Was für ein absurdes Ding. Und Menschen hören da drauf, was ich weiß, weil ich habe das auch gemacht. Es gab eine Zeit, da habe ich noch nichts von Juli C. gelesen, dieser Schriftstellerin. Alles, was ich von ihr wusste, war, dass jemand mal in der Zeitung geschrieben hat, dass sie in Interviews kein Humor hat. Das war sofort da drin. Das war abgespeichert. Weil immer darauf, wenn jemand fragte, hast du mal Juli C. gelesen, meinte ich, nee, nee, super humorlose Frau, ganz unsympathisch. Nee, würde ich nie machen. Wie mies von mir. Irgendwann habe ich dann Adler und Engel gelesen, ihr Debütroman. Das ist einer der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und zwar viel zu spät, einfach weil ich immer an dieser Kritik festgehalten habe. Weil da so ein Stempel drauf war mit, oh, langweilig. Das ist nicht cool. Man darf sich davon nicht beeinflussen lassen. Ich glaube, es gibt relativ viele Gespräche, in denen das so ist. In denen Leute kommen und fragen, Andi, kommst du mit ins Kino? Wir wollen ins Kino. Und Andi meint, nee, der Film ist superdomm. Achso, du hast ihn schon gesehen, oder was? Nee. Aber sie. Achso, und sie ist Regisseurin und deswegen vom Fach und hat dir so eine fundierte Meinung darüber gegeben. Nee, nee, nee. Nee, sie guckt einfach viel Sachen. Und ab und zu findet sie das dumm. Und dann ich auch. Okay. Gut, dann vielleicht nächstes Mal. Ja, 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 muss ich gucken. Also muss sie gucken. Und dann weiß ich, ob mir das gefällt oder nicht. Nein, weißt du nicht. Geh nicht zu Sachen deswegen, weil ein Kritiker meinte, bla, 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 bla. Sondern geh einfach zu Sachen. Unterstütz Künstler. Geh dahin, egal, was die anderen sagen. Und wenn du Kritiker bist, wenn das jetzt jemand sieht und Kritiker ist, komm in meine Show. Und finde das bitte fantastisch. Weil du musst schreiben, das ist fantastisch, damit mehr Menschen in meine Show kommen. Dafür sind Kritiker genial. Freunde, die sind 50